hallo leute herzlich willkommen autokanal stando gaming und heute spielen wir mal wieder emergency hamburg beziehungsweise notruf hamburg und ich möchte ein bisschen geld verdienen ich habe mir erst ein neues auto gekauft und brauche halt jetzt wieder ein bisschen mehr geld so wir rauben erst mal die tankstelle aus würde ich sagen so dann fahren wir einmal rechts hin ob ich jetzt noch einmal rumfahren nicht so dann rauben wir hier erst mal schwach also so und dann schnell so 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 dann könnten wir einmal zur anderen tankstelle fahren die ist glaube ich auf der anderen seite soweit ich weiß so dann fahren wir da mal hin so so dann rauben wir nämlich einmal die blaue tankstelle aus so und dann rauben wir einmal aus macht doch jetzt und dann gar nicht schnell weg hier oder ich kann nicht fahren so eigentlich wollte ich auch noch ein bankraub machen aber das kann ich ja auch eben machen ich muss mir eben mal zurückfahren ich muss erstmal kurz wieder zur tankstelle weil ich hier irgendwo war so ein mannequin gerade da genau da genau juwelier was bombe halt im kauf ja das war es eben auch wenn ich nur eine bombe warum liegt dieses auto jetzt falsch herum so und jetzt zum jubelier würde ich sagen zum jubelier so ich hoffe ich hoffe da hat keiner gerade ausgeraubt irgendwie hätte ich merke ich hätte mir eigentlich kommen hier nur waffe mitnehmen sollen egal ja okay die wurde gerade ausgeraubt perfekt dann fahr ich mal zur bank einfach mal zur bank ja 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 ganz schnell weg hier ja jetzt hier rein okay also okay Ja. Okay, alles klar. Jetzt müssen wir eigentlich warten, bis die Bombe mal endlich irgendwann mal losgeht. Dies kann Jahre dauern, gefühlt. Aber egal. Okay, einfach eine G-Klasse. Äh, äh, was macht der? Ah. Gucken wir mal. Loll, was ist denn hier passiert? Ach so, ah. Ah, wie junger. Äh, muss ich, äh, irgendwas muss man noch machen hier. Ich hab keine Ahnung, was man machen soll. Gänzente Kölner Näääh. Käl und Gold sammen, das war mein. Ah. Ach so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und wie geht die jetzt auf? Achso, das ist rot, deswegen geht das noch nicht Naja Leute, ich würde sagen, das war es mit dem Video Wenn es euch gefallen hat, das Liken, Abo und Kommentar da Ja, ich weiß nicht, ob jetzt hier noch irgendwas passiert Ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Like, Abo und Kommentar da Wir sehen uns im nächsten Video wieder Hallo Leute, euer Astrid, ciao, ciao Outro Outro Outro